Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Albertina zu unserer heutigen Gesprächsrunde, die sozusagen der Höhepunkt unserer Einblicke-Ausstellung zum Wörterbuch des Krieges ist. Und besonders herzlich, mit großer Freude, möchte ich den Autor des Wörterbuch des Krieges, außer, jetzt bringe ich es mit Zelensky durcheinander, Entschuldigung. Zlewinski, bitte sehr, um Entschuldigung. We are slightly similar with them. I know. Bei uns begrüßen, wir sind sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass Sie aus WIV zu uns kommen konnten. Sehr herzlich willkommen bei uns in Leipzig. Mit der Ausstellungsreihe Einblicke zeigen wir immer unserem Publikum bestimmte, besondere Stücke unseres sehr reichhaltigen Bestandes. Aber man muss natürlich sagen, dass vor zwei Jahren der Überfall Russlands auf die Ukraine war, war vor zwei Jahren am Sonntag, hätten wir uns noch nicht vorstellen können, dass dieses Buch geschrieben werden muss. Und dass es für uns in einer Ausstellung sehr wichtig ist, auch wenn man sagen muss, wir hätten gewarnt sein müssen durch die Annexion der Krim, dass da noch viele schlimme Dinge, insbesondere auf die Ukraine, aber eben auch auf Europa zukommen können. Wir sind deshalb unserer Kollegin Sophia Mann-Süßbrich sehr dankbar und haben den Vorschlag sofort aufgenommen, als es um die Diskussion ging, welchen Teil des Bestandes könnte man als nächstes bringen, dass sie das Wörterbuch des Krieges vorgeschlagen hat. Und ich darf sie nachher auch, alle, die es noch nicht gesehen haben, sehr herzlich in die Ausstellung einladen. Bedanken möchte ich mich besonders beim Deutsch-Amerikanischen Institut, die in großzügiger Weise die Reisekosten übernommen haben und damit diese Veranstaltung auch ermöglicht haben. Und jetzt übergebe ich an Sophia Mann-Süßbrich, die bei uns Fachreferentin für Slavistik und Amerikanistik ist und diese Ausstellung gestaltet hat und die Fachfrau ist. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Also herzlich willkommen von mir. Ich bin die Kuratorin. Von mir stammt die Idee. Und ich habe das Buch ausgewählt, weil unser Format ist so, dass immer nur ein Exponat im Mittelpunkt steht. Und ich wusste nicht, welches der vielen Bücher ich nehmen sollte, die ja seit in den letzten zehn Jahren, seit so lange wie der Krieg halt schon dauert, entstanden und geschrieben sind und geschrieben wurden. Und ich habe mich für ein nicht-fiktionales Buch entschieden, das nicht von einem Autoren, sondern von sehr vielen Autorinnen verfasst worden ist. Ja, ich bin die Kuratorin. Ich bin die Kuratorin. Ich bin die Kuratorin und ich wusste nicht, welchen Exponat zu holen. Ich bin die Kuratorin. Ich bin die Kuratorin. Ich bin die Kuratorin und ich bin die Kuratorin und ich habe mich überlegt, welches Thema stellen wir im Fokus im Zusammenhang mit dem Buch. Und da dachte ich, wie wichtig das ist, dass dieses Buch nicht nur auf ukrainisch erscheint, sondern auch auf deutsch. Die deutsche Ausgabe ist auch zuerst erschienen, bevor die ukrainische Originalausgabe erscheinen konnte. Und so hat sich dann langsam die Idee der Präsentation ihrer Ausstellung entwickelt und die Idee dieses Abends. Und so ist es noch ganz kurz zu sprechen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Sprache, dass wir diese Veranstaltung heute in exakt zwei Sprachen durchführen. Wir könnten auch alle Englisch reden, aber ich finde es besser, wenn wir Deutsch und Ukrainisch reden, weil ich weiß, dass wir Ukrainerinnen unter uns haben, die zwar inzwischen auch schon absolut fließend Deutsch können. Aber ich denke, dass es wichtig ist, weil es geht hier in den letzten Jahren und eigentlich auch insgesamt sehr viel um ukrainische Sprache, Literatur und Kultur. Deswegen macht es auch die Präsentation in der Ausstellung. Und auch sehr wichtig, dass wir wollen, dass wir zwei Sprachen waren, dass wir zwei Sprachen waren, also ukrainische und niener Sprachen waren. Wir alle haben anglisch, aber auch heute sind, wie ich sehe, viele ukrainische Sprache und ukrainische Sprache, die freiwillig sind, aber wir glauben, dass wir uns immer wieder zeigen, dass wir ukrainische Sprache, kultur und kulturen sind. Und das ist eine sehr wichtigste Sprache, kultur und kulturen sind. Und es gibt in Berlin das Zentrum für Literaturforschung und Nina Weller wird uns dann die Anwesenden noch näher vorstellen. Aber natürlich ist es für mich eine sehr große Freude. Und als er gestern angerufen hat aus Berlin, dann habe ich nachgefragt, sind Sie wirklich in Deutschland? Ja, er war in Berlin. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Ossap Slewinski kommen konnte. Ich möchte auch bedanken Frau Nini Weller, sie arbeitet im Institut der Leibnizie, wie Sie wissen, im Institut der Leibnizie, im Institut der Leibnizie, im Institut der Leibnizie und im Institut der Leibnizie in Berlin. Und er wird gemeinsam mit Nina Weller und Maria Weisenberg, die ebenfalls eine lange Anreise hatte, jetzt über dieses Buch sprechen und darüber, wie übersetzt sich Krieg. Sie haben den Titel gesehen, aber es gibt noch viele andere Aspekte dieses Buches zu besprechen. Dann viel Spaß und Freude und Eindrücke uns allen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Abend, an dem wir das Buch Wörter, Buch des Krieges, Lovic Miné, in der deutschen Übersetzung Wörter im Krieg. Ihnen vorstellen werden. Wir werden über dieses Buch sprechen, darüber sprechen, wie das Buch entstanden ist. Wir werden darüber sprechen, wie sich Sprache im Krieg verändert. Und wir werden vor allen Dingen auch darüber sprechen, welche Herausforderungen es bedeutet für die übersetzerische Arbeit. Und übersetzerische Arbeit werden wir im Laufe des Gesprächs erfahren, in unterschiedlichen Ebenen gemeint. Ja, und ich rei mich ein in die Freude, trotz dieses traurigen Thema, was heute angeschnitten wird, aber über die Freude, dass wir tatsächlich hier beisammensitzen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass Ostab den weiten Weg aus Lüff hierher gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass Ostab Slewinski hier ist. Ich freue mich sehr, dass Maria Weißenböck hier ist. Und ich stelle sie Ihnen gleich ganz kurz vor. Auch ein paar Worte zum Ablauf. Wir werden zunächst einmal über das Buch erfahren. Wir werden in einem Wechsel von kleiner Gesprächsrunde und Lesungen aus dem Buch, die wir doch für sehr wichtig erachten heute Abend, diesen Abend gestalten. Und wenn noch Zeit genügend übrig bleibt, werden Sie am Ende auch noch einmal mit uns gemeinsam, und vor allen Dingen mit dem Autor und der Übersetzerin ins Gespräch kommen können. Und, das sage ich gleich zu Beginn, es gibt einige wenige Exemplare, genau neun Stück, die käuflich zu erwerben sind. Sie können nachher auch dieses Buch in der deutschen Übersetzung kaufen. Ja, ich glaube, dass es eine sehr sinnvolle Themen ist. Ich bin sehr froh, dass sie heute Marii und Oskar sind. Und unser Plan heute ist die Präsentation des Buches, auch die Diskussion über sie zu entwickeln. Und, nachdem wir darüber sprechen, über andere Fragen. Und, wenn es Zeit ist, dann Sie können auch die Fragen zu stellen. oder aus dem Buch. Und wir haben auch einige Exemplare. Man kann auch eine Buchung im niederlanden Buch. Ja, Osterbzliwinski, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass wir uns heute persönlich treffen, nachdem wir über mehrere Jahre auch Kontakt hatten. Osterbzliwinski ist Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler. Er hat in Lviv Slavistik studiert, was ich für heute Abend auch mit erwähne. Er hat 2007 promoviert zu einem Thema, was in gewisser Weise zu dem Thema des Buches passt, nämlich zum Phänomen der Stille in der Literatur am Beispiel der bulgarischen Prosa der 60er bis 1990er Jahre. Er arbeitet als Dozent an einer katholischen Universität in Lviv und an anderen Universitäten. Er ist Autor und Dichter zahlreicher, muss man sagen, zahlreicher preisgekrönter Lyrikbände. Auf Deutsch liegt vor in deutscher Übersetzung von Claudia Darte im fünften Jahrtausend erwachen, welches auch im Verlag Edition Fototapeta erschienen ist. Wir haben schon viele Jahre in Kontakt zu Dozenten in Lviv und anderen. Er ist Autor von vielen Poesien und von ihnen aus dem Präklaude Claudia Darte. Ja, und ich freue mich ebenfalls, dass Maria Weissenberg da ist. Maria Weissenberg ist eine herausragende Übersetzerin, Literaturübersetzerin aus dem ukrainischen, aus dem belarussischen. Sie hat unter anderem Natalia Natalia Castellina Danko übersetzt ins Deutsche, Sofia Androchowicz und Tanja Malaciuq. Und ganz frisch erschienen ist, glaube ich, der zweite Band der Trilogie, deren Titel ich jetzt vergessen habe, von Sofia Androchowicz. Die Trilogie heißt die Amatoga-Trilogie. Amatoga-Trilogie, genau. Die Bände haben eigene Namen. Die Trilogie ist ganz frisch erschienen. Also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Trilogie auch, um etwas über die Geschichte der Ukraine aus literarischer Perspektive zu erfahren. Ich könnte noch sehr viel mehr Bücher nennen, die Maria übersetzt hat, aber das werden erstmal so die wichtigsten Namen, die ich jetzt hier genannt habe, und wir werden im Lauf des Abends ins Gespräch über die setzerische Tätigkeit kommen. Marieta Wasmärk, das ist mit dem Bielerisch, dem Bielerisch, dem Bielerisch und Rosseisch. Das ist mit dem Bielerisch. die sehr viele Autorinnen und die auch von Natalya, wie sofie Androchowicz. Und dann kommt auch eine Trilogie von Sofie Androchowicz. Und das ist eine sehr wichtige Trilogie von der Trilogie um die Bibelstunde von der Geschichte der Ukraine. Aber wir noch darüber sprechen, wenn wir noch einmal sprechen, über die Arbeit. Ich beginne mit einer kleinen Einführung in das Buch und mit einem Zitat, was ich der Einführung entnommen habe, die Ostap Slewinski für das Buch geschrieben hat. Der Krieg verändert die Bedeutung von Wörtern, schreibt er. Manche Bedeutungen werden stumpf, man muss sie schärfen wie ein Messer mit einem Schleifstein. Andere wiederum werden so scharf, dass man sie unmöglich betrachten kann. Jeder Eintrag ist das Fragment eines Monologs, den ich gehört habe oder den ich in diesen schweren Tagen noch hören werde. Vielen Dank und ich entschuldige mich nochmal für den kleinen Fauxpas meinerseits. Ja, Sie hören aus diesen Worten, um was es geht. Es geht um das Schleifen von Wörtern und um auch das Neubetrachten von Wörtern. Die ersten Wörter, die in das Wörterbuch des Krieges eingehen, waren unmittelbar nach Beginn des vollumfassenden russischen Angriffs auf die Ukraine, Teil von Erzählungen, die Menschen auf der Flucht ihren Zuhörerinnen am Bahnhof, in Lviv und in anderen Orten erzählt haben. Und Ostab-Slewinski war einer dieser Tätigen. Wie alle, Ukrainerinnen, war ab Februar 2022 auch für ihn alles anders. Der Umgang mit der Sprache und mit den bisherigen Routinen des Schreibens und auch Lehrens war nicht mehr möglich. Und Ostap Slewinski hörte zu, aus den Gesprächen machte er Geschichten und stellte sie gegen die Sprachlosigkeit des Krieges in gewisser Weise und er sortierte nach Worten im Alphabet diese Geschichten, die er eingesammelt hat und die er quasi neu oder die er kondensiert hat zu kleinen Episoden, zu kleinen auch Wort- und Sprachereignissen, die stellvertretend vielleicht auch für andere Wörter stehen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, entstanden, oder wurden die ersten Wörter dieses Wörterbuchs auf Facebook publiziert. Damals habe ich auch schon quasi die erste Begegnung gemacht und war sehr ergriffen, sehr beeindruckt von diesen Texten, die man schon lesen konnte. Und was zu der Geschichte dieses Buches gehört, ist, dass Ostap Slewinski dann schon selber die Entscheidung getroffen hat, es soll daraus ein Buch werden. Aber was für die deutsche Übersetzung sehr interessant und auch wichtig für die Genese ist, dass Irina Harasimowitsch, Übersetzerin aus dem Belarusischen ins Deutsche, für die Plattform Toledo, das ist die Plattform des Deutschen Übersetzungsfonds, die ersten Auszüge hat übersetzen lassen, und zwar von Maria Weissenböck. An diesem Entstehungsmoment der deutschen Ausgabe, dass die deutsche Übersetzung, also diese Auszüge auf dieser Plattform Toledo, also in der Online-Plattform Toledo erschienen ist, wo es ein wunderbares Projekt gibt, Cities of Translators. Es ist verschiedenen Städten gewidmet, unter anderem gibt es Cities of Translators Minsk, und dort ist eben nicht auf der Seite Cities of Translators Kiew, sondern auf der Seite Minsk sind die ersten Auszüge erschienen. Und so kam es dazu, dass ich als freie Mitarbeiterin des Verlages Edition Fototapeta und der Verleger Andreas Rostek darauf aufmerksam wurde, nochmal schon in der deutschen Übersetzung, und gesagt habe, dieses Buch muss wirklich als Buch in der deutschen Übersetzung erscheinen. Und ich möchte jetzt Gespräch mit einer ersten Frage an Ostab beginnen. In der Einleitung zum Buch beschreiben Sie, wie Sie die Fragmente von diesen fremden Monologen eingesammelt haben und gerade nur so viel verändert haben, dass ein Teil einer längeren Erzählung zu einem etwas Eigenständigen wird, zu etwas Eigenständigen für sich stehendem. Es sind also ganz unterschiedliche Fragmente und Episoden in das Buch eingegangen, aus ganz unterschiedlichen persönlichen und individuellen Perspektiven. Und meine erste Frage, ich lasse erst mal Maria übersetzen. Ja, es gab so viele Fragmente aus riesigen Perspektiven. Haben Sie diesen Prozess des Zuhörens und des Aufschreibens bereits als eine Art von Übersetzungsleistung wahrgenommen? Also man könnte ja sagen, eine Übersetzung von diesen individuellen, persönlichen Perspektiven für die Leserschaft, eine Leserschaft, die teils selber Kriegserfahrungen gemacht hat, aber auch für eine Leserschaft, die gerade die Leserschaft der Übersetzung ist, die sich in einer großen Distanz zum Krieg befindet. Vielen Dank. Guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und diese Ausstellung ist eigentlich etwas Besonderes, denn dieses Buch existiert doch schon als Kunstprojekt oder als Soziales Projekt, aber noch nie als eine Ausstellung und vielleicht sogar so eine Art neues Leben für dieses Wörterbuch des Krieges. Vielen Dank. 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 Wir stellen uns auf irgendwelche Erfahrungen, die in uns sind, aber wir, vielleicht, noch nicht beurteilen, dass sie in uns sind. Und wir müssen uns auf das Leben stellen. Wir müssen uns auf das Leben stellen, das sehr wichtig ist, weil das Leben sehr oft uns rätet. Wenn es жив und цел ist das Leben, dann wird, dass wir, klar, wir leben. Der Krieg fordert viel Flexibilität, denn es geht darum zu überleben und auch heiler zu bleiben. Und wir entdecken immer wieder Fähigkeiten, von denen wir nicht einmal wussten, dass wir sie hatten oder dass wir sie brauchen. Und es geht sehr um Körperlichkeit. Das heißt, wenn unser Körper heiler ist, dann können wir uns retten, dann können wir überleben. Und ich, wie sehr viele Menschen, die ich gesehen habe, musste sich sehr schnell verändern. Wenn die Ausbrüllen von ukrainischen Städten begann, wenn eine große Teil meiner Lande in einem Jahr eine Stunde war sehr wenig für die Leben. Und genauso wie viele andere Menschen musste ich mich verändern, und zwar sehr schnell. Denn mehrere ukrainische Orte waren unter Beschuss, und innerhalb eines Tages hat sich alles komplett verändert. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich selber machen, und das, was ich selber machen kann, in dieser neuen Situation wird absolut nicht notwendig. Ich werde mich auf eine sehr gute Menschheit verändern. dass ich nicht so viel Platz in dieser neuen Realität habe. Und ich habe mich gar nicht zu dieren. Insofern, dass ich in einem Ort, einfach zu leben, ohne zu Hause, oder nicht zu machen, in einen bestimmten Moment, war psychisch nicht möglich. Und ich hatte auch eine gewisse Befürchtung, dass das, was ich tun konnte und was, was ich immer wieder gemacht habe, nicht mehr nicht mehr möglich war, nicht mehr gebraucht wurde, dass sich das, was ich immer gemacht habe, aber so schreiben und übersetzen eigentlich niemand braucht. Und ich habe mich etwa überflüssig gefühlt, dass ich hatte die Befürchtung, dass sie keinen Platz mehr für mich gibt in dieser neuen Realität. Und ich hatte einen richtigen, richtigen, richtigen Bedarf zu handeln. Ich konnte nicht einfach an einem Ort sitzen bleiben, also zu Hause, ohne irgendwas zu tun, also ich hatte richtig einen starken Drang, zu handeln. Aber jeder von uns hat sich viele Erfahrungen, die in der Vergangenheit Ich war für die Natur introvert. Und jeder Person hat viele neue Fähigkeiten und Skills entdeckt. Ich bin zum Beispiel von Natur aus sehr introvertiert, aber innerhalb von Wochen oder sogar Monaten habe ich mit tausenden Menschen gesprochen. Also es hat sich herausgestellt, dass ich doch dazu fähig bin. Also es hat sich herausgestellt, dass ich doch dazu fähig bin. Und es war mir einfach unmöglich, untätig zu bleiben und den Menschen nicht zu sprechen. Denn ich war die ganze Zeit sehr aktiv, vor allem am Bahnhof in Lviv. Und der Bahnhof hat sich zu einer Art Drehscheibe entwickelt. Und mehrere Zehntausende Personen sind dann an diesem Bahnhof vorbeigekommen. Und das waren die Menschen, die sehr viele Menschen zu bedenfen, sehr zu erleben. Die Menschen waren sehr, 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 sehr… Und sie einfach braucht jemanden, der ihnen etwas zu erklären und dem sie helfen, Und das war eine meiner Rolle. Ich arbeite im Informationspunkt, auf Ljwówne-Zaliznich-Voxal, während der ersten Woche der Kriegs-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox-Vox. Und viele dieser Menschen waren verwirrt. Nicht so viele hatten Angst, aber eben diese Ratlosigkeit, diese Verwirrtheit. Und psychisch gesehen brauchen sie jemanden, der einfach für sie da wäre, um etwas zu erklären oder beiseite zu stehen und Ratschläge zu geben. Und eine meiner Aufgaben war eben am Infopoint, am Ljwówa Bahnhof im Laufe mehrerer Wochen, also nach dem Beginn der Großinvasion. Und es waren meistens Menschen, die entweder evakuiert wurden aus den Frontgebieten oder aus Gebieten, die damals unter Beschuss waren. Und ich war für diese Menschen oft die erste Kontaktperson. Ich habe nicht, was ich von diesen Leuten auszultert. Ich habe nicht, was ich von diesen Leuten auszultert, um zu hören, um zu hören, um zu erzählen, um zu erzählen. Und zwar nicht das war, was ich auszultert. Ich war nicht, ob es nicht auf der Wirtschaft, um zu erzählen, 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 um zu erzählen. Und ich wusste nicht, was aus diesen Gesprächen dann entstehen könnte und ich habe diese Geschichten nicht etwa dafür gehört, um draußen eine Reportage zu machen. Es war kein Journalismus und dass dieses Buch entstanden ist, war für mich auch unerwartet und ehrlich gesagt, wäre es mir lieber gewesen, dass es nie dazu gekommen wäre. Es ist ein ukrainischer Poet, Павел Коробчук, der mir glaube ich, dass es einen der größte Wahrheit und wahrheitlichen Wörtern über die Wörterung des 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 Wörterung. Es gibt einen ukrainischen Poeten, Paule Коробчук, und er hat ein Gedicht über Wörter geschrieben und sinngemäß zitiert. Er würde lieber alle Wörter seiner Sprache einfach weggeben, verschenken, damit die Gestorbenen wieder auferstehen können. Denn wozu braucht man die Wörter, wenn man sie mit niemandem teilen kann? Und mir wäre es auch lieber gewesen, alle meine Worte loszuwerden, wegzugeben, auch inklusive dem Wörterbuch des Krieges, bloß damit diese Menschen weiterleben könnten. Und diesen Menschen zuzuhören und mir ihre Geschichten zu merken, das war die logischste, die einfachste Lösung in dem Moment. Denn es ist auch das, was ich gut kann, also einfach zuhören und niederschreiben. Und ich habe schon wieder auf die Geschichte, dass das Wörterbezüge, dass das Wörterbezüge, dass das Wörterbezüge ist. Und wenn sie diese Geschichte nicht zuhören, dann werden sie nicht zuhören, also können sie nicht zuhören, dass das Wörterbezüge sie nicht zuhören, dann samt sie nicht zuhören, dass sie nicht zuhören. Und damals war es mir vielleicht noch nicht ganz klar, welche Bedeutung diese Worte haben und wie sehr sie ins Gewicht fallen. Also war es mir doch klar, dass das zwar etwas ist, was man nie vergisst, denn es ist einfach unmöglich, so etwas zu vergessen, aber dass man diese Geschichten später irgendwie anders erzählen würde, nicht so, wie man sie zu Beginn, so in den ersten Tagen erlebt hat, wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, ob man sie sagen kann, dass ich es überlegte, weil ich nicht überlegte die Wahrnehmung auf die Wahrnehmung. Ich habe keine Ahnung, für die Wahrnehmung, für die Wahrnehmung. Denn die Wahrnehmung, die wir nicht begleiten, aber sie ist unsere Wahrnehmung, die wir schon wieder auf die Wahrnehmung haben. Das war eine Wahrnehmung. Das war eine Wahrnehmung für die Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob ich mich als Übersetzer bezeichnen würde, denn ich habe ja nicht etwa Gedanken zu Worten gemacht. Ich habe nicht etwa nach einer neuen Sprache gesucht, sondern ich wollte bloß die Erfahrungen zum Ausdruck bringen. Diese Erfahrungen, die diese neue Realität mit sich gebracht hat und genauso wie auch ihre eigenen Worte. Das heißt, die waren schon da, um das Ganze zu beschreiben. Aber ich habe die Realität auf die Realität. Ich nehme die Sprache, die gesagt wurden in sehr vernünftigen Situationen, in sehr gefährlichen Situationen, und ich habe sie in andere Situationen, in denen wir jetzt hier leben, die uns nichts zu tun haben. Ich versuche eher, diese eine Realität in die andere Realität zu übersetzen. Das heißt, in der Realität, die eigentlich ein Ausnahmezustand ist, also die Erfahrungen übertrage ich eben in diese Realität, die relativ normal wird, die keine Gefahren in sich wird. Und ich glaube, dass ich schon dann, dass ich diese Geschichte, wenn ich sie sie schreiben, werden sie in sehr unterschiedlichen Zeitungen, in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe mir, wie sie werden, dass ich diese Geschichte habe. Und ich habe schon dann meine Intuität, dass ich diese Geschichte Und schon damals habe ich mir gedacht, wenn ich das niederschreibe, werden diese Texte an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gelesen. Und die Hauptfrage war eben, wie werden diese Texte gelesen? Und meine Intuition hat mir damals gesagt, ich bräuchte eine Auswahl an diesen Texten, an diesen Worten, die zwar treffend und vielsagend ist, aber auch nicht zu emotional oder sentimental. Eine Sache, die ich habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, auf einem Schelter für die Menschen, einfach auf der Straße, ist, dass die Frage, dass die Frage, dass sie eine der wichtigsten Menschen braucht. Die Person braucht Hüge, Nopoje, тепlige Gebäude, wo sie nachmitteln oder einfach nachmitteln können. Das sind drei Neuigkeiten. Die vierte Neuigkeit ist die Neuigkeit zu erzählen, was sie переживает. Denn eines wurde mir klar, am Bahnhof, aber auch in vielen Aufnahmestellen, dass das Erzählen für diese Menschen auch zu den Grundbedürfnissen gehört. Klar braucht man genug zum Essen, zum Trinken, auch einen Ort, wo man übernachten kann oder zumindest unter sich etwas erholen kann. Aber es gibt noch dieses vierte Bedürfnis, und zwar zu erzählen. Ich erinnere mich, dass 2022 im Sommer, glaube ich, war es beim Poesie-Festival Berlin. Die ukrainische Lyrikerin Halina Krug bei ihrer Rede auf dem Festival gesagt hat, der Krieg ist keine Metapher. Und das war eine Aussage, der Krieg ist keine Metapher, wo im Anschluss viel darüber diskutiert wurde, wie ist Literatur, wie ist Schreiben in Zeiten des Krieges überhaupt noch möglich? Kann man so schreiben wie vorher? Welche anderen neuen Ausdrucksformen über diesen Krieg zu schreiben und aus dem Krieg heraus zu schreiben gibt es überhaupt? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und ich denke, dieses Buch Wörter im Krieg Wörterbuch des Krieges ist eine mögliche Antwort auf diese vielleicht auch als Frage in den Literaturraum geworfene Aussage von Halina Krug. Wir könnten darüber heute Abend noch sehr lange sprechen, auch über andere Texte, die in Zeiten des Krieges entstanden sind, was geschrieben wird, wie geschrieben wird. Aber jetzt würden wir erstmal in den Text hineingehen und einige Auszüge aus dem Wörterbuch des Krieges hören. Ostap Siewinski wird einige Auszüge auf ukrainisch lesen und Maria Weißenberg wird die deutsche Übersetzung lesen und Sie werden dann vielleicht schon an den ersten Wörtern hören, dass wir uns für die Lesung an dem deutschen Alphabet orientieren. Die ukrainische Lesung wird im Alphabet springen. Dazu kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Wir fangen an mit Ostap Siewinski. Pratschen. Ja. 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 Jede let es Mensch gibt. Ja. 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 buds? Ja. 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 Wir wollen nichts Como crissieren und Singher und popriss. Ja. Ja. Tilos. Ja. 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 auf die deutsche Sprache. Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache. Die Sprache, die wir uns besitzen, verabschieden uns, verabschieden uns und weiter. Wir haben uns nicht mehr über die Einheit. Wir haben uns nur ein paar Einheiten. Nur wir haben uns und ein paar Augen. Wir haben uns die Einheiten und ein paar Augen. Wir haben uns so lange und so vieles, dass wir die Beste von einem Menschen sind. Abschied. Oxana, Lviv. Die Menschen, die die Unterkunft verlassen, der wir sie untergebracht haben, verabschieden sich von uns mit einer Umarmung. Sie fahren weiter. Wir kennen einander kaum, haben uns nur vorgestellt und ein paar Gedanken ausgetauscht. Sie umarmen mich so lange und fest, dass ich den Eindruck habe, wir seien die besten Freunde. Wann, Marina, Kharkiv. Wir haben nicht nur ein Verständnis, dass diese Hoffnung war für eine Wannung. Ich habe nicht gedacht, dass die ganze Karteiung kann sich um die Wannung zu einer Wannung. Als ich angefangen hat, erst durch ein paar Wohnungen, dann durch zwei, ich ständig in der Kartei zu verabschieden, habe ich eine Wannung zu verabschieden, wie ich mich auf die Wannung habe, wie ich mich auf alles verabschiede habe. so was mir alles so zu mir. Und dann sagte ich mir, dass du mich in der die Welt war. Und ich war ja wie in der die wir in der die Tür war, als wir in der Tür sind. Ich war ja als in der Tür war, als wir in der Tür sind, absolut alle die Kühne verletzten, selbst mit der Kuchen, die alles in der Kuchen, die alles in der Kuchen, was alles in der Kuchen. Ich habe eine Piedlose, die die Schmutzung, ich habe nicht mehr, nur in der die ich. Und er ist, dass du, wie du, wie du warst, die wir in der Zeit, die wir in der Zeit haben. Ich habe mir nie gedacht, dass eine ganze Wohnung auf dieser Größe eines Badezimmers zusammenschrumpfen würde. Als sie begannen, unseren Bezirk zu bombardieren, zuerst einige Häuser von uns entfernt, dann zwei Häuser weiter, hörte ich auf, in der Wohnung aufzuräumen, hörte auf, Staub zu wischen, als wäre es mir egal. Alles erschien mir sinnlos. Damals sagte ich zum Badezimmer, du wirst mich retten. Als es in unserem Hof krachte, war ich gerade im Badezimmer. Alle, absolut alle Fenster flogen heraus, sogar mit dem Fensterrahmen. In der Küche, im Schlafzimmer, alles war von Scherben übersät. Der ganze Boden voller Glas und zersplitterter Fensterrahmen. Ich hätte nirgends überlebt. Nur im Badezimmer. Stelle vor, am nächsten Tag gab es warmes Wasser. Keine Ahnung, wieso, also eine Art Auszeichnung vielleicht. Licht gab es keins, aber aus dem Hahn floss heißes Wasser. Ich ließ die Badewanne ein, zündete Kerzen an, fand ein Aromaöl. Ich fühlte mich wie eine Heldin aus Tausend und eine Nacht. Wie Scheherase, nur, dass ich die Nächte nicht mehr ziele. Kroofe. María Черníghev. Ich war, wie bei der Schmarrnz, in der Schmarrnz. Ich habe mich sehr leichtes, und dann habe ich den Schmarrn. Das war so weird. Ich dachte mir, das mir schmarrt hat, der Schmarrn oder der Schmarrn. Vielleicht schmarrt, wie ein Schmarrn, wie ein Schmarrn. Ich habe mich überrascht, wie ein Schmarrn. Ich habe mich überrascht, wie ein Schmarrn. Ich habe mich überrascht, die das Schmarrn. Ich habe mich überrascht. Dann habe ich wieder von dass sie die Krohren oder dort keinen Fall. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mir wieder einmal erwärts, dass sie viele Krohren gezeggen sind. Ich habe mich überrascht, wie sie der Krohren, die z.g. die Reimer sind wir die grün, die weißen Krohren. Ich habe mich hier als Schmarrn ک tiescht. Blut. Maria Czernyhev. Der Geruch kam damals zu mir, begann mich zu bewegen, gab Zeichen, dass ich am Leben war. Die freiwilligen Helfer, die mich retteten, sagten später zu mir, 10 Sekunden noch und ich wäre verblutet. Jetzt sehe ich ständig Blut. Ich habe keine Angst davor, sondern sehe es einfach. War auch früher so viel Blut um mich? Selbst wenn ich die Karte betrachte, auf der die besetzten Gebiete eingezeichnet sind, sie sind rot-rosa markiert. Es scheint, als würde aus den Rändern der Karte Blut auslaufen. Grím. Grím. Katarina, Wischgold. «Kolivsse beginnete, u nas zjauvilaśa nova gra, kaje ženka z Kharkowa, gadaju, gajdajuči na gajdalci triríčnu donju. Jaká? Koli čuíš Grím, bíjují v pédwal. Menší podobájící. A starší ne rozumí, čemu raníše mi výdgromu ne hovališ. Dona. Katarina, Kijíjiv. Als alles anfing, dachten wir uns ein neues Spiel aus, sagt eine Frau aus Kharkiv, während sie ihre dreijährige Tochter auf der Schaukel anschubst. Welches? Wenn du nen Dona hörst, lauf in den Keller. Der Kleinen gefällt es, aber der Große versteht nicht, wieso wir uns früher nicht vor dem Dona versteckt haben. Alecha. Vika, Mariupol. Koli chlopci stáli deriva rubati, Die Kirschpflaume, Bika, Mariupol Als die Männer begannen, Bäume zu fällen, es war circa am zehnten Tag, alles, was herumlag, war verbrannt worden, alte Möbel, aus dem Keller, Schachteln, Kisten, kam eine Nachbarin schreiend aus dem Haus gelaufen, eine Oma um die 80. Sie schrie, dass sie es nicht zulassen würde, dass man die Kirschpflaume fällt. Wir wussten nicht einmal, dass es eine Kirschpflaume war, sie trug nie Früchte und niemand hatte vor, das am seligen Bäumchen zu fällen. Trotzdem beschloss die Frau, den Baum zu bewachen und stand bis zum Abend dort. Zu jener Zeit übernachtete ich noch zu Hause, obwohl die Nächte kalt waren. Am Morgen erwache ich also, die Sonne geht gerade auf, ich schaue aus dem Fenster und da ist sie noch immer. Bei dem Baum, aber nun liegt sie auf dem Boden. Jemand kommt aus dem Haus und geht zu ihr. Ich habe später nicht einmal gefragt, was mit ihr passiert ist. Ich wollte nicht fragen. Manche Dinge haben einfach keinen Platz mehr in meinem Herz. Ja, Sie haben aus den Wörtern im Krieg in ukrainisch und in deutsch gehört. Das Buch ist inzwischen in sehr viele Sprachen übersetzt worden. Ins polnische, slowakische, demnächst erscheint eine Übersetzung ins belarussische, ins italienische, rumänische, jüngst auch ins georgische und ins japanische. Also Sie sehen, in relativ kurzer Zeit sind sehr viele Übersetzungen entstanden. Und meine Frage an Maria, die Übersetzerin der deutschsprachigen Ausgabe. Was denkst du, welchen Wert solch eine Literatur, die ja keine fiktionale Literatur ist, aber ich mir auch schwer tun würde, sie als rein dokumentarisch einzuordnen. Was würdest du sagen, welchen Wert solch eine Literatur auch dauerhaft haben kann? Und vor allen Dingen, welchen Stellenwert und welche Bedeutung die Übersetzungen für ausländische Leserinnen und Leser haben kann, die ja größtenteils in einer großen Distanz zu diesem Krieg sind? Das ist meine Frage an Maria. Die Sprache der Krieg schon in Polnische, Slowakische und andere Sprache. Und auch, nachher, werden die Sprache in Bielorussische, Italienische, Rumänische, Rosinische, auch Japanische. Und was für dich bedeutet diese книge, die non-fiktionale ist, also dokumentale ist, und wie sie aufgrund der Publikum bezieht? Also, das muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Der Krieg hat ja so, bei mir zumindest, das Verständnis von Literatur ein bisschen verändert, beziehungsweise erweitert. So, prinzipiell habe ich Literatur als ein Medium gesehen, natürlich als Unterhaltung, aber natürlich auch, um fremde Lebenswelten und Erfahrungen sich anzulesen und eben den eigenen Horizont zu erweitern zu können. Vorher habe ich die Literatur als Ansatz, um sich mehr zu wissen, über den anderen oder anderen Welt zu wissen. Und hier jetzt sieht man aber, in diesen Kriegszeiten, wo eben dann doch viele Texte entstehen, die diese Kriegserfahrungen aufarbeiten, dass die Literatur hier ja doch an ihre Grenzen stößt. Eben da, wo es um diesen ganz elementaren körperlichen Schmerz und diese Bedrohung geht. Aber jetzt, während der Kriegszeiten, produzieren viele Texte, und sie zeigen uns auch die Messe der Literatur und auch die Zielsetzung. Und so ist es wahrscheinlich eh ganz logisch für diese Kriegszeitsituation, dass so viele dokumentarische Texte jetzt entstehen. Es sind ja nicht nur, ich würde das jetzt schon auch als einen dokumentarischen Text bezeichnen, viele Reportagen, aber auch ganz viele Gedichte, also Lyrik, die eigentlich einen dokumentarischen Charakter hat. Und die für die Ukrainerinnen, könnte man sagen, so einen gemeinsamen Referenzrahmen schaffen, wo sie sich treffen und wo sie sich eben gemeinsam praktisch verstehen. Und jetzt, diese dokumentalische Literatur, oder sogar Poesie, in der Form der Reportage, stößt irgendwelche Rahmen für die Gespräche mit Menschen, um darüber zu sprechen, um darüber zu sprechen. Und viele dieser Texte, finde ich, und dazu zähle ich das Buch Wörter im Krieg auch, sind so eine Art emotionales Dokument dieses Krieges. Obwohl Obstab sagt, er findet, dass er bewusst es nicht emotional geschrieben hat, aber ich finde doch, dass er zumindest in uns sehr viele Emotionen hervorruft. Und wir sind ja in der wirklich sehr glücklichen Lage, dass wir eben viele dieser Sachen einfach nicht erleben mussten und nicht erfahren mussten am eigenen Körper. Aber über solche Texte können wir halt doch dieses ganz subjektive Erleben, das da rein verpackt wurde, doch ein bisschen zumindest nachempfinden, auch aus der Distanz. Und ich finde es ja wirklich sehr faszinierend, dass dieses kleine Buch, das wirklich ja Überschriften hat, wir haben es ja eh schon gehört, wie Badezimmer, Bein, Blut, Apfel oder Äpfel, so viel Aufmerksamkeit erlangt. Also es ist wirklich eines, mit diesem Buch bin ich wahrscheinlich schon fast mehr eingeladen worden, als mit vielen anderen Büchern, eben auch als Übersetzerin, was ja doch auch nicht so häufig wird. Meistens darf man im stillen Kämmerchen arbeiten. Und zwar diese kleine Buchung und diese Klage, die wir heute überprüfen haben, die wir heute überprüfen haben haben, die wir heute überprüfen haben, und es hat so vieles für mich für mich, wie bei der Kämmerchen. Wir haben sehr viel überprüfen, die wir überprüfen haben durch diese Buchung, und wir haben sehr viel überprüfen, die wir heute überprüfen haben, obwohl sie so einfach so einfach. Ja, ich komme direkt auf deine letzte Beobachtung zurück, Maria. Eine Frage an Ostarbeiter. Wir haben ja gerade gehört, wie viele Übersetzungen schon existieren, was mich auch sehr, sehr beeindruckt. Und Sie haben erzählt, dass Sie bei einigen auch Buchpräsentationen, unter anderem kürzlich in Japan, in Tbilisi, in Georgien, bei der Präsentation der georgischen Übersetzung und auch bei anderen auch mit dabei waren und das Buch präsentiert haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der Rezeption? Wie gab es Unterschiede, wie tschechische Leser das Buch aufgenommen haben? Wie haben Leserinnen und Leser das in Japan aufgenommen? Was ist Ihnen sozusagen von der Leserschaft unterschiedliches entgegengekommen nach lektüre dieses Buches? Ja. 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 Ja, ich habe noch mal das Buchstattem. Ja. Ja. Das ist eine die Reichstattel. Das ist ein Buchstattel, die ich nicht durfte. Die ich auch nicht möglich habe. 元isch das Buchstattel. Ich habe es feariert, was es amper��igt wird. Dass ich mich zum Beispiel nicht so sein, wie ein Buchstattel. Und deswegen, auf der Übersicht des ukrainischen Bildes, auf der Übersicht des niemes und anderen, auf der Übersicht des ukrainischen Bildes, ich bin nicht als Autor, sondern als Übersicht. Der Sprachmix hat seinen Übersicht. Ich bin nicht wirklich Autor, vielleicht Autor von Ideen, aber nicht Autor von der gesamten Bibel. Ja, dadurch entsteht noch ein weiteres Leben für dieses Buch. Ich hätte es nie gedacht. Aber ich verstehe mich nicht als Verfasser dieses Buches. Und auf dem Cover von manchen Ausgaben, zum Beispiel auf ukrainisch oder auch auf deutsch, werde ich nicht als Verfasser oder Autor, sondern als ersteller oder eher als Kompilierer bezeichnen. Die ursprüngliche Idee stammt zwar von mir, aber ich habe diese Geschichte nicht verfasst. Ich habe diesen Kanal, die durch diese Geschichte vertreten. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Und das, was ich in dieser Bibel ist, ist, wie es ist, wie es zu verändern, wie es ist, wie man diese Geschichte kann sich überrascht, wie es sich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Und ich war so eine Art Sprachrohr. Und meine Idee war eher, das Gehörte einzuordnen und in Form eines Becetariums zu präsentieren und auch gewisse Fragmente herauszufiltern. Denn wenn ich die kompletten Monologe niedergeschrieben hätte, dann hätte dies wahrscheinlich den Eindruck, diese Erfahrungen wie verwässert. Denn viele Menschen haben ähnliche Erfahrungen gesammelt. Viele mussten ihr Zuhause verlieren. und auf dem Weg sind viele Dinge passiert. Viele hatten Angst vor ihrer Zukunft. Und ich wollte nur diejenigen Fragmente und Erfahrungen herausfiltern, die bemerkenswert und irgendwie besonders waren und sich herausstachen. Und das erste Mal, wenn ich diese Fragen habe, dann hat mich überrascht. Ich habe die Zeit, wenn ich diese Fragen habe, ich habe die Fragen überrascht, ich habe mich überrascht, was ich noch nicht zu machen. Ich habe mich ein bisschen zu verraten. dass ich nur eine Aussage überrascht. ich habe mir gelesen und auch keine Ahnung. Ich habe mich überrascht. Und so habe ich diese Fragmente niedergeschrieben, zumindest das, was ich mir merken konnte, den wir schon vorher erwähnt, war dies keine Reportage, es war kein journalistisches Projekt. Ich habe keine Tonaufnahmen gemacht, ich habe mir nichts notiert, sondern habe mich auf mein Gedächtnis verlassen und die offensichtlich Lösung war für mich, so einige Auszüge auf meiner Facebook-Seite zu veröffentlichen. Und nach der Veröffentlichung begriff ich, wie wichtig das eigentlich war. Und zwar für sehr viele Menschen. Sie haben mich bei mir bedankt. Und manche, sogar viele, wollten sogar ihre Geschichten teilen und haben mich darum gebeten, mich gefragt, ob sie mir etwas zuschicken konnten und dem habe ich zugestimmt. Und das ist ein bisschen eine Antwort auf die Frage, die Kraft der Literatur und die Welt der Literatur in den Zeiten des Krieges. Und das beantwortet vielleicht die vorherige Frage zur Kraft der Literatur während des Krieges. Und das man dadurch einen Treffort schafft, wo man einander irgendwie Hoffnung geben kann, wo man sich trifft und gemeinsam dies bespricht und diese Hoffnung, diese Liebe auch erleben kann. Und wenn ich das Projekt beginnt, ich habe noch nicht so gesehen, dass es ein Projekt ist, ich auf jeden Fall stwor habe, dass es ein Projekt ist. Und zu Beginn dieses Projekt ist, also mir war es damals nicht einmal klar, dass es ein Projekt gab. Schufe ich so eben diesen Treffort, wo Menschen zusammenkommen konnten, um ihre Erfahrungen zu teilen? Er ist aus dem Leben. Ein Beispiel, die Leute, die gerne haben, kennenlernen, die Fotos zu verändern, haben sie zu verändern. Ein Mannheim von Maräupol, Fületta, wo es viele Erfahrungen ist, ist sie. Und viele dieser Menschen, die etwas von ihren Geschichten teilen wollten, hatten eigentlich keine Erfahrung als Schriftsteller, also mit dem Schreiben an sich. Zum Beispiel hier im Buch gibt es eine Geschichte von einer Malerin aus Mariupol namens Violetta und sie meinte, sie hätte nie was geschrieben, aber nachdem sie diese wirklich gesehen hatte, hat sie sich irgendwie verpflichtet gefühlt, irgendwas zu teilen. Und so kam es dazu, dass diese Menschen dadurch auch ihre Erfahrungen so eine Art und Weise verarbeiten konnten. Aber sie kamen nicht nur, um sie zu schreiben, sondern auch um sie zu machen. Und sie kamen, zwei Illustratorinnen zu fragen, ob man diese Geschichte kann. Im Hintergrund von mir verabschieden. Die Verabschieden, die ich nicht verabschiede war, aber auch, in der Fall, wir mit ihnen verabschieden. Sie fragen, ob ich es verabschiede. Ich dachte mir, dass ich es nicht so gut. Wir haben auch mit meinen Begriffen. Aber die Malerinnen waren nicht nur... Aber dafür dauernd etwas zu schreiben, sondern auch zu malen. Und so kam ich in Kontakt mit zwei Illustratorinnen und auch mit dem Herausgeber dieses Buches. Denn das war auch ein Zufall. Denn ich wurde angefragt, ob ich irgendwie vorhabe, dieses Buch zu publizieren. Und ja, so ist dann zustande gekommen. Und ich wurde auch von vielen Übersetzinnen und Übersetzern kontaktiert. Von denen, die ich schon kannte oder auch von Unbekannten. Und eine dieser Personen agierte als so eine Art Literaturagent. Und so kam das Verständnis, dass dieses Wörterbuch kein bloßes Sozialprojekt war, sondern ein innazionales Sozialprojekt. Und ich weiß nicht, ob ich bis dahin in meinem Leben etwas so Wichtiges noch etwas Wichtiges gemacht habe als das hier. Nämlich diesen Stimmen weltweit erklingen zu lassen. Und ich habe mich über den Augen zu sagen. Ich habe mir diese Frau von der Zeit, die mir erzählt, wie sie verraten, dass sie sich über die Schweren von der Zeit geplantiert hat. die Frau von der Zeit ist, wie sie von der Zeitgebergenheit hat, Oder ich habe sie von der Zeitgebergenheit. die biegt mit dem Meer, aber es ist nicht eine Rakete. Ich erinnere mich, dass alle diese Leute hier meine Hälfte sagen, dass sie hier physisch sind. Aber ich habe mit ihnen sehr oft nicht Kontakt. Wir haben es einmal gesehen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Buch vorstelle oder auch daraus lese, stelle ich mir vor, als ob diese Menschen auch hier anwesend wären. Zum Beispiel die Frau aus Chernihiv, die in ihren Verletzungen beinahe gestorben ist, oder auch Violetta, wie sie durch die Stadt von der Rakete wegrennt. Also all diese Menschen, ich habe das Gefühl, sie wären da, sie wären jetzt anwesend, obwohl ich sie eigentlich vielleicht noch einmal getroffen habe und nicht einmal mit denen in Kontakt bin. Ich habe noch nicht richtig gesehen, wie es so ist, dass sie sich mit mir mit so einer intimen Geschichte beschäftigt haben, so sehr, sehr persönlich. Ich bin sicher, dass es in anderen Situationen nicht möglich ist. Sie mir nicht so ist. Ich frage mich immer noch, wie es dazu gekommen ist, dass diese Menschen bereit waren, solche persönlichen Lieblings mit mir zu machen, denn vielleicht unter anderen Umständen wäre so etwas überhaupt nicht möglich gewesen. Es ist, als ich zu sagen, dass diese Art des Aussagen sind für Menschen einfach zu sehen. Und wenn ich mich über die Art des Aussagenen in verschiedenen Ländern über den Ausgleichen kann, dass diese Art des Aussagenen von Menschen in den Ausgleichen beinaheignisse, so etwas zu sehen. Und das ist, wie ich mich über die Zeit, dass sie auf die Bibelung. Ich habe das Gefühl, wie das zu hören, wie es zu sehen, dass sich immer mehr als eine Art von der Ausgabe. Es ist. Und ich habe das Gefühl, weil es zu sehen. Und in vielen Ländern, wo ich dieses Buch präsentiere, sehe ich, dass es dazu führt, dass Menschen sich öffnen, dass sie mehr Empathie empfinden. Und dies geschieht auf non-verbale Ebene, durch Gäste oder durch Blicke. Man braucht da keine Worte mehr. Und wie wir schon erwähnt haben, die Buchvorstellungen in Japan gab es mehr als 300 Menschen. Und wie wir schon erwähnt haben, haben wir schon erwähnt, die Buchvorstellungen in Japan gab es mehr als 300 Menschen. Und die Veranstaltung fand in der Präfektur Miyagi statt. Und diese Region war sehr stark vom Erdbeben 2011 getroffen. Und nach dieser Präsentation, viele Menschen kamen, um mich zu halten. Das war sehr lustig. Denn in jäponische kulturelle kulturelle Kontakt ist sehr niedlich. Und nach der Vorstellung wollten sehr viele Menschen mich in der Hand halten. Für die japanische Kultur ist etwas Unerhörtes, denn diese Körperlichkeit ist einfach ungewohnt. Der japanische Dolmetscher stand neben mir und konnte seinen Augen nicht glauben. Aber wurden auch unterschiedliche Reaktionen. Beispiel nachdem, nachdem ich aus der Verteilung der Verteilung von Bratislav, bei mir war ein Mann, der ist ein Profesor von Bratislav. Und sagte mir, dass er nicht kann mir sagen, dass er mir nicht glaubt. Er sagt mir, dass diese Geschichte genau so ist, wie ich sie geschrieben habe. Aber es gab auch andere Reaktionen, zum Beispiel in der Slowakei, in Bratislava. Nach der Lesung kam ein Mann auf mich zu, hat sich vorgestellt sein Universitätsprofessor in Bratislava. Und konnte mir nicht glauben, dass diese Geschichten tatsächlich so erzählt wurden. Er meinte, die einfachen Menschen könnten so nicht sprechen, das sei alles Literatur, das sei Fiktion. Ich habe nicht sehr, dass ich ihn überzeugt habe, weil ich keine Audio-Berechnung habe. Ich konnte ihm nicht überprüfen, weil ich diese Leute nicht überprüfen konnte. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die sehr viele, die sie oft benutzen, wenn ihnen, wenn ihnen jemand ein wenigstens das Wissen, was sie nie in der Zeit nicht, was sie, nicht. die sehr sehr emotional sind, oder etwas, was sie aus der Szene der Emotionalität. Sie benutzen literatur. Sie verbundenen metaforien. Ich glaube, es ist auch sehr interessant für Menschen, Ich konnte diesen Mann nicht überzeugen, denn ich hatte ja keine Tondateien, um ihm irgendwas vorzuspielen, damit er diese Stimmen auch hören konnte. Ich glaube, viele Menschen greifen auf literarische Mittel zurück, um besondere Erfahrungen zu beschreiben und etwas, was so einzigartig und ungewöhnlich war, was sie emotional bewegt oder tief getroffen hat, etwas, was sie aus ihrer emotionalen Komfortzone herausgebracht hat. Und dabei erschaffen diese Menschen eben метафorien, indem sie auf diese literarische Mittel zurückgreifen. Und es gibt noch Menschen, es ist interessant, über die Sprache, wie sie benutzen die Sprache. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, es war nicht nur auf Vox, sondern auch auf Prichistungen für verabschieden Menschen. Und sehr oft haben wir noch eine Nacht, um zu sprechen, weil die Leute nicht mehr zu sparen, haben sie nicht mehr zu sparen, haben sie einfach zu sparen, haben sie einfach zu sparen und haben sie einfach zu sparen. Und ich konnte schon mit ihnen sagen, dass sie mir interessiert, dass sie mir interessiert haben, was sie zu sparen, haben sie auch zu sagen, wie sie zu sagen, oder was sie für sie verabschieden. Und viele Menschen denken auch über die Sprache nach, denn später, als ich doch mehr Zeit hatte, das war nicht mehr am Bahnhof, sondern in Unterkünften und viele Menschen waren einfach schlaflos und so haben wir die Nächte am Reden verbracht und ich interessierte mich sehr für Wörter, wie man bestimmte Dinge beschreibt oder was eben seine Bedeutung verloren hat. Und so haben sich auch diese Menschen dafür interessiert. Ich habe eine Frau, die von Ljwovn sehr schnell in Pölsch ist. Wir haben einmal mit ihr zu sprechen, aber sie war nicht lange. Und wir haben sie wieder zurück. Und sie hat mir gesagt, dass ich so interessante Wörter in Pölsch ist, sie mir so viel zu erzählen. Zum Beispiel eine Frau aus Lviv, die dann relativ schnell nach Polen gefahren ist und nach einer Weile aber wieder zurück war und wir haben uns getroffen und sie meinte, sie haben in Polen ein sehr interessantes, besonderes Wort gelernt. Und ich wollte wissen, welches Wort das war. Das war das polnische Wort Pockuj und dieses Wort hat zwei Bedeutungen, so erstens Frieden und Zimmer. Und diese Frau wollte eben ihr Zuhause besuchen, das war in der Region um Kiew und zu diesem Zeitpunkt waren die Gebiete dann zurückerobert und sie wollte herausfinden, ob da noch was stand, denn wenn es Frieden ist, dann soll auch das Zimmer da sein und andersrum, wenn das Zimmer da ist, dann herrscht da Frieden. Und diese Geschichte ist auch Buch enthalten. Es gibt aber eine weitere, die im Buch nicht, das war nicht, also mit eingeschlossen war, das war geschieht von einer anderen Frau, die ich in dieser Aufnahmeanrichtung getroffen habe. Und diese Frau meinte, ein Wort irritiert sie sehr und das war das Wort Frieden und ich wollte wissen, warum. Und sie meinte, dieses Wort sei eine Lüge, also durch dieses Wort lügen die. Und mit die meinte sie die Russen. Ich weiß nicht. dass wir uns ein Frieden haben, dass wir uns ein Frieden haben, dass wir uns nicht so machen, dass wir uns nicht so machen. Aber es ist alles so. Aber ich denke dieser Frau, ich habe nicht gedacht, dass ich so sagen kann, dass ich so sagen kann, dass ich ein Wort ein Wort zu sagen. dass es in der Tat ein bisschen was ist. Ich sage jetzt, dass du mich so schaffst. Ja, und das ist etwas, was mich sehr beantragt hat. Und bis heute verwende ich diesen Eindruck, durch den Frieden lügen, durch bestimmte Wörter lügen. Denn heutzutage wird sehr viel über Gerechtigkeit geredet, oder auch über Frieden, dass der Waffestillstand nicht ausreichend wäre. Aber dieser Ausdruck, also durch Frieden lügen, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, ich erinnere mich, als Maria, du an der Übersetzung gearbeitet hast, ich am Rande, sagen lektorisch, etwas dabei war und wir auch viel darüber gesprochen haben, wie wir als Leserinnen zunächst erstmal damit umgehen, wie stark uns die einzelnen Wörter treffen, wie stark wir auch emotional damit beschäftigt sind, zu verarbeiten, was man liest. Und gleichzeitig war klar, du als Übersetzerin musst eine professionelle Distanz bekommen, um deine Arbeit gut zu machen. Und ich würde noch mal interessieren, was für dich als Übersetzerin so die größten Herausforderungen war. Einerseits, um vielleicht auch selber in Distanz zu kommen, zumal du auch ja als Übersetzerin der ukrainischen Literatur und mit vielen, vielen Kontakten sehr stark auch involviert warst in die alltäglichen Ereignisse. Zwar jetzt von Distanz, aber du warst natürlich sehr viel stärker als andere Leute mit den Ereignissen konfrontiert. Ja, welche Strategien hast du auch gefunden, um dennoch Distanz zu haben und gleichzeitig diese Möglichkeit des empathischen Mitgehens, die der Originaltext sehr stark hat, ins Deutsche zu transferieren. Und ich würde erst mal sagen, es ist dir enorm gut gelungen. Aber was waren für dich da die größten Herausforderungen, um genau dieses Timbre oder diese Intensität der Texte – Entschuldigung, Maria, dass ich so lange spreche – mitzubekommen, aber vielleicht auch bei einzelnen Wörtern? Gab es da besondere Schwierigkeiten oder auch Komplikationen möglicherweise? Ja, meine Frage zu Marii. Weil ich mich für mich für die Prozesse zu entwickeln, weil ich mich für die Veranstaltungen und auch, wie es auf die Veranstaltungen ist, wie wir als Veranstaltungen haben, aber wie für dich das Veranstaltungen wie für dich das Veranstaltungen ist, was es möglich ist, von der heutige Leben, von dem, was passiert während der Veranstaltungen? Und welche Strategien Die ersten Eindrücke von dieser Lektüre waren natürlich wirklich sehr, sehr stark, weil ich muss sagen, ich komme aus einer sozusagen gemischten Familie, aus einer ukrainisch-österreichischen Familie und da hat uns natürlich dieser 24. Februar schon auch sehr aus dem normalen Alltag ausgehebelt. Es war dann außerdem auch noch die Zeit, als ich diese ersten Texte bekam und es war wirklich wahnsinnig schnell, da Ostap hat, glaube ich, schon nach einer oder zwei Wochen Krieg diese ersten Texte veröffentlicht auf Facebook. Genau, und das war eigentlich dann auch die Zeit, dass Sie sich in der ersten Zeit, die mir auch sehr stark veröffentlicht haben. Ich bin von einer riesigen Familie, also von einer ukrainisch-avstärischen Familie. Das war auch der 24. März. und ich habe auch auf mich angefangen, und Ostap habe angefangen, zu publikieren die Texte schon ein paar Tage nach der Anfang der Wien. Genau, und das war eigentlich dann auch die Zeit, wo ich dann eben diese ersten Ausschnitte zu lesen und auch dann sehr bald zu übersetzen bekommen habe, als eben Freunde von uns in Gefahr waren oder gerade geflüchtet sind, also ähnliche Sachen eigentlich in Wahrheit erlebt haben und wir natürlich aus der Distanz jetzt ein bisschen mitverfolgt haben, auch wie es denen geht und wie man halt dann auch aus der Distanz vielleicht helfen kann. Und dann kam eben diese Anfrage hier was zu übersetzen, am Anfang waren es eben nur kurze Ausschnitte und das war aber auch eine Zeit, in der glaube ich ja kaum jemand hat arbeiten können oder wirklich produktiv sein können und das waren dann so meine ersten quasi Schritte wieder da etwas zu übersetzen und ich glaube diese professionelle Distanz ist dann eigentlich mit der Textmenge eher gekommen. Also nicht eine gewisse Strategie, aber es war ja dann doch ein Buch und es war natürlich sehr wenig Zeit, es waren sehr viele Anfragen und es musste ja fertig werden sehr schnell. Und es gab natürlich so einige Anfragen, wo es war ja auch noch viel Zeit, wie es war ja auch noch ganz. Und es gab natürlich so einige Anfragen, wo es war ja auch noch nicht so, wie es war ja auch noch ein paar Teile, aber es war ja wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Und es gab natürlich so einige Herausforderungen bei diesen Texten, weil in manchen Wörterbucheinträgen ein gewisses Wort vorkommen musste oder dann verschiedene Wörter, zum Beispiel ein paar Redewendungen. Da gibt es einen sehr netten Text, ich werde den jetzt nicht ganz vorlesen, aber der heißt Tabu. Da geht es darum, dass gewisse Ausdrücke nicht mehr verwendet werden können, weil sie eben mit Begriffen, die den Krieg betreffend zu tun haben. Also einer, der hat gern gesagt hat, früher bombig oder das schlägt ein wie eine Bombe oder etwas ist richtig cool, dann sagt man, es ist, ah genau, oder wenn man sich ärgert, dann sagt man zum Explodieren und das sind lauter Ausdrücke, die kann man jetzt nicht mehr sagen und das war natürlich dann schon eine Herausforderung, da Formulierungen zu finden, war zum Glück in dem Fall eigentlich dann eh ganz gut. Also gar nicht so schwierig. Sonst glaube ich, habe ich schon hier versucht, relativ nah am Original zu bleiben. Also sonst nimmt man sich ja doch oft die Freiheit heraus, auch ein bisschen vom Original abzuweichen, um es einfach lesbarer zu machen oder für das deutschsprachige Publikum zugänglicher zu machen. Aber hier war es mir dann auch sehr wichtig, sehr nah dran zu bleiben an den Texten. Ja. Aber damit haben wir uns noch einmal zu verionen. Die Frage hat sich auch schon sehr gut, das ist. Also haben wir noch ein bisschen, also von den Texten Tabu sind, die so wie bei dem Wort Bomba ist und es braucht sich einfach däuner zu ver supuesto, was in die niemischen Sprachstuhl. Ich kann euch damit ja aber versuchen, zu ver代fertigen, dass ich aber sofort dass es für den Publikum nicht so ganz aufgegangen ist. Es gibt ein Gedicht, das sind wir draufgekommen. Das sind ein paar Ausdrücke, die man in Wahrheit erklären musste. Wir als deutschsprachiges Leser-Publikum das sonst nicht verstehen können. Aber im Gedicht steht es so da. Und wenn man den tieferen Sinn verstehen will, müsste man nachforschen. Das ist eine Hausaufgabe sozusagen. Aber es ist nicht so gut, dass es nicht so gut funktioniert. Es ist nicht so gut, weil es nicht so gut funktioniert. Das Gedicht können Sie in der deutschen Ausgabe im Original und in der Übersetzung lesen. Wenn Sie sich das nach der Veranstaltung erwerben oder später erwerben. Wir haben jetzt überlegt, dass wir gerne das Gespräch im gewissen Sinne im erweiterten Kreis fortsetzen wollen. und das Mikro an Sie übergeben. Haben Sie Fragen? Haben Sie Leseeindrücke, die Sie gerne mit uns teilen wollen? Gibt es Kommentare von Ihrer Seite? Ich habe sehr viele weitere Fragen, aber auch sehr viele wunderbare Gedanken, die ich mitnehmen kann, um weiter über Sprache nachzudenken in Zeiten des Krieges, um weiter darüber nachzudenken, wie man mit Sprache über den Krieg, über die Erlebnisse erzählen kann. Und wie vor allem wir als Rezipienten, die nicht unmittelbar betroffen sind, vielleicht diese Sprache auch in gewisser Weise weitertragen können. In diesem Sinne möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei Ostap Slewinski und Maria Weißenböck bedanken, dass ihr dieses Buch gemacht habt, also Ostap, dass sie dieses Buch in die Welt gegeben haben, dass sie die Stimmen in die Welt gebracht haben. Maria, dass du dich so schnell damals bereit erklärt hast, diese Übersetzung zu machen. Und dass ihr und sie diese weitere Reise heute nach Leipzig unternommen habt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Und Sie machen. Danke. 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 Oui, ich habe einen Blick inDRay mit dem Gespräch oder wтра pomertorz Little. diese Arbeit. Es bleibt viele Fragen, wie es in Zukunft zu erzählen, wie es in Zukunft erzählen, wie es zu verstehen, wie es zu verstehen, wie es zu verstehen, wie es zu verstehen. Ich möchte danke Gustav und Marii für die, dass sie das решiert haben. Ich danke Marii, dass sie sich zurückkehren. Auch wenn es nicht viel Zeit ist, dass sie zu Leipzig kommen. Es war so eine lange Zeit. Und der Dank geht noch weiter. Vielen herzlichen Dank an die UB Leipzig, an den American Space Leipzig und das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen, die die ganze Veranstaltung und vor allen Dingen auch die Ausstellung, zu der gleich Sophia Manns Süßbrich, bei der ich mich auch sehr herzlich bedanken möchte für die Kuratierung der Ausstellung, die gleich dazu noch etwas sagen möchte. Und einen ganz herzlichen Dank gehen natürlich an Maria Kirova, die heute Abend gedolmetscht hat. Und bevor ich Maria jetzt abschließend zu Wort kommen lasse, einen herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute Abend hierhergekommen sind, dass Sie zugehört haben, dass Sie möglicherweise jetzt auch noch in die Ausstellung gehen. Schön, dass Sie dabei waren und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Ich danke persönlich Freunden und Familie für das zahlreiche Auschein. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass so viele aus der Slavistik gekommen sind. Und wie gesagt, Sie haben die Programme für unsere Veranstaltung auf Ihren Sitzen gefunden. Es geht weiter und es geht auch mit ukrainischen Ereignissen weiter. Ich werde Sie darüber informieren und dann ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend wünsche ich mir noch. Okay, tschüss. Applaus Vielen Dank.